Liebe Teilnehmer von Great Place to Work, wir freuen uns, dass auch dieses Jahr wieder so viele Allgäuer Unternehmen sich beteiligt haben, sich der Herausforderung gestellt haben und beste Arbeitgeber Allgäu, also Great Place to Work im Allgäu geworden sind. Herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns mit euch. Genau, bei den Unternehmen unter 50 gratulieren wir ganz herzlich nochmal der Firma Sekum zur erneutenden Auszeichnung, der Firma Isotec, sowie neu mit dabei der Firma HV Software System House. Auch bei den Unternehmen über 50 hatten wir zwei, die früher schon dabei waren und jetzt wieder ausgezeichnet werden, die Firma Pestapack aus Wolfert-Schwenden und die St. Vincent-Klinik in Fronten und neu dabei zum ersten Mal herzlichen Glückwunsch an Primavera Live. Herzlichen Glückwunsch nochmal von unserer Seite an alle Beteiligten. Wir freuen uns, wenn wir wieder zusammen auch auf regionaler Ebene wieder eine Prämierungsveranstaltung mit Ihnen zusammen umsetzen dürfen.